In Lee Enfield Lee Enfield also es gibt eben dann die automatischen wie meine wo ich bis jetzt hatte oder die Repetierwaffen also meine war meine war automatisch ach warte kann ich warte mal bleibt mal da stehen bleibt mal schnell stehen bleibt mal stehen okay also es geht wirklich oder was haben wir dann hier noch flimte ich will doch jetzt die waffen sehen dann gibt es auch noch hier einen revolver glaube ich das ist die war ich hier gerade irgendwo gesehen habe habe ich bin eher so ich mag ich mag er die warte mal wo ist noch da hier muss doch noch das gewährt die musik die musik magie auch noch und das mp ist auch ein repetiergewehr aber also standard standard jagd gewährte russen das andere wo es hier von den russen gibt dass er nicht so viel standard vorsicht drachen drachen kommen sehr schöner schuss aber so wenig punkte dass er die musik als ein einfaches war warte drachen ich habe doch gesagt ich mache das du hättest doch nur jetzt nach vorne aufpassen müssen lassen mich die scharfschützen machen und du bist ja auch schon wieder direkt raus gerannt ohne moment zu warten oder soll ich die ja die sts vt hast du das problem ist ja ich würde ja sagen dass drachen mal eine folge aufnimmt oder so aber durch sein schlechtes internet geht das nicht also ich nehme jetzt mal weiterhin die also aber die scharfschützen müsst musst du sofort ausschalten die da stehen wo stehe wo stehe hey neben mir ist auch schon einer gewesen da muss ein Schuss wir achten ein Knie nach vorne aufs Haus über 110 Meter Vorsicht warte die so oh ah die Kirche wir sind an der Kirche angelangt sichern wir die Kirche also sicher die Kirche aber schieß nicht auf die Fässer die brauchen wir noch weil immer wo Fässer sind heißt es auch ganz stark dass wir hier uns gleich sehr verteidigen dürfen da wir ouch die Zombies so so das war jetzt eh ja hier sind viele Tiger also ähm ich nehme was nehme ich denn ich nehme die Picher Picher gibt es nicht oft aber ja deswegen nehme ich jetzt mal die Picher Drachen verteidigst du diesmal unten ähm wir haben hier eine Panzerfaust auch noch wenn wir also hier oben liegt eine Panzerfaust die brauchen wir später sicher auch noch und hier oben liegt auch noch Munition rum Drachen okay war so wenn es verdammt hast du keine äh ich habe jetzt Minen gelegt okay dann müssen wir jetzt zusammen Treppe verteidigen ah die Picher die zieht so dermaßen rein die ist so geil die begrenzte Munition ist eine ja er kann es jetzt schon hier verteidigen wir jetzt eben beide und du link ich also ich links du rechts also ähm weiß das nicht was sonst gehen wir jetzt mal beide okay da da liegt noch Munition da hinten ist schon der äh große der fette ach da ist noch ein zweiter oh scheiße vorsicht bringt alles zur Explosion die Panzerfaust was warum hast du dir die jetzt wieder gefreckt ja weil ich aufnehmende bin darf ich mir das auch vorsicht da kommt einer da kommt einer zu dir hoch wow scheiße also wir müssen jetzt ein bisschen koordinierter vorgehen weil das geht super also ich hab da schon wirklich meinen Stuf also ähm ein Luftkill und der nächste schauschützen sind weg schauschützen sind weg oder sollen wir uns die Peach erst für später aufbewahren Drachen wird sie so vielleicht ersahnen ja aber später ist eben immer die Gefahr dass wir nicht drankommen sonst nimmst du die Peach und ich nehme die Bazooka also es äh überhaupt ja die Bazooka ist sehr stark für sowas ja ja ich kann nur schlagen ja ja hast du ein Problem damit? ja ja Der Kill war gerade geil. Da habe ich gerade einen richtig geiler. Okay, aber ich habe kaum Sprengstoff. Also hol dir so schnell wie möglich irgendwelche Sachen und dann Landminen alles verlegen, wo es hingeht. Okay, wir sind jetzt erst unten verteidigen und beim Rückzug nehmen wir die Pietscher mit. Weil die Pietscher ist, brauchen wir. Und da, und da, und da, und da, und da, und da. Fuck. Äh, sex. es okay also sommer jetzt finden jetzt ich brauche nichts mehr noch für die hauptwaffe scheiße genau das wollte ich nicht dass es die andere ok drachen willst du peter ich nehm die peter ok peter ist eben für alle entfernen gut und macht massiven damage äh warte zwei kommen jetzt von links also zwei kommen jetzt von dem eingang wo ich jetzt herkomme vorsicht oh scheiße drachen wir haben probleme mach du mal den anderen weg frei ich nehm den ich versuche den weg hier irgendwie mach den anderen weg frei scheiße ich mach uns jetzt wieder den oh scheiße oh scheiße ist der weg nein 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 renn renn oder gib mir hol mich jetzt hoch hast du die andere seite ja ja stirbt einfach nur stirbt einfach nur stirbt sag mir jetzt nicht noch ein dritter kommt jetzt ein dritter kommt das ist denn was ist der weg das ist der weg das ist der weg das ist der weg das ist der weg und dann hat er sich auf dem gehen das ist der weg nemm das ist der weg so er hat jetzt eigentlich der normale ausgerüstet oder hast du immer noch die Pizze genommen doch ob ich die Pizze auch noch Schüsse drinnen ja dann kann es ja normale da liegt irgendwo der MP40 rum ja ich weiß auch wo so viele wie da kommt bin ich fast vermutet dass da noch einer kommt noch einen der großen nachher wir müssen uns jetzt erstmal schnell den Weg zur Munition frei bahnen wir gehen Munition aus zack da ich nehm den Typ einfach euch mal zu schnell zu zeigen boah aber hey das haben wir jetzt gut gemacht aber so aber hier aber ich muss dafür sagen das Spaß uns jetzt auch gemacht hat oder Drachen uns das hat jetzt wirklich Spaß gemacht so richtig so einfach nur noch mit dem MG reinhalten egal was kommt reinhalten so weil wenn jetzt Drachen noch kommen würde haben wir die erste Mission des ersten Kapitels abgeschlossen und ich glaube ich muss während Drachen da noch ein bisschen rumhantiert kann ich ja mal schnell in die Option gehen also ich komme und jetzt fahren wir davon aus diesem Dorf der verdammten ist so Mission erfolgreich bloß mit bloß nicht das Z-Wort sagen Zombie ähm bester Schuss Kills Wiederbelebung höchste Kombo 23er Kombo wenn hab ich ne 23er Kombo geschafft wir haben zwei Goldbahnen gefunden und vier Flaschen gesamte Schussentfernung 1619 Meter Genauigkeit von Schuss mit Zielfernrohr 85% gesamte Spielzeit 40 Minuten Kopfschüsse per Fernrohr ja doch passt soweit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Tschüss Tschüss